Leute, diese Mädchen ist einfach nur verrückt geworden, zurzeit. Ihr wisst ja noch mein Video, wo ich gezeigt habe, dass Lorna und Firat Schluss gemacht haben. Und, ähm, ja, diese Mädchen ist einfach so verrückt geworden, ne. Diese Mädchen will nur Firat einversüchtig machen, ne. Und Firat wünscht sie auch noch, dass sie noch viel besser geht im Leben, also, dass sie gesund ist sogar. Aber sie, guck mal, was sie macht. Ja, du bist auch hässlich, ich weiß, brauchst nichts zu sagen. Und du willst nur Firat einversüchtig machen. Und guck mal, sein Video, wo der sagt, ähm, warte, was ist da? Vor zwei, drei Tagen konnte ich nicht mal zehn Sekunden vor der Kamera stehen. War nicht so lustig. Kennt aber, glaub ich, jeder diese Situation. War... Zehn Sekunden, gar nicht. Gar nicht. Vor zwei, drei Tagen... Vor einen Tag hat er so ein Video gemacht. War nicht so lustig. Vor zwei, drei Tagen konnte ich nicht mal... Und er sagt, es wird dritter Traum. Fina runter. Vor zwei, drei Tagen konnte ich nicht... Ich will auch nicht in seine Beziehung oder so einmischen. Aber wieso machst du dann Firat so einversüchtig? Lass es doch einfach. Sie tut es nur so. Und Firat tut mir so leid im Herzen. Ohne Spaß. Zum Glück hat er mit Lorna Schluss gemacht. Aber guck mal. Ganz ehrlich. Gar nicht guckt. Nichts. Wo ist Firat? Nähnenswo. Nur zwei, drei Videos von Firat fertig. Sie hat nur zwei, drei, vier, fünf Videos von Firat gemacht. Fertig. Egal. Tschau, Leute.